Beim Auto ist es jetzt so, innen drinnen ist es trocken und innen die Scheibe trocken. Also Aufgabe gelöst, das heißt, wenn es im Auto innen nass ist, die Scheiben beschlagen sind, dann liegt es nämlich daran, dass innen Wasser im Kofferraum ist. Stopfen rauslassen, Wasser raus, und das Auto ist gut. Heute beheben wir das, dass das Auto mal wieder so feucht ist, VW Golf, weil hier hinten wahrscheinlich Wasser reinläuft an den Teilen. Darum ist auch die Frontscheibe so beschlagen.